Er schreit fuck you! Alles klar! Alles klar! Ah, ich war ein schlechter Verlierer. Hey Leute und seid herzlich willkommen zu einer Runde Skywars auf den Gommadee.net.au auf neuen Versuch Nummer 17 ist das, ja. Ich lüge nicht Leute, ich dachte es ist die 17. Runde ungefähr, die ich jetzt aufnehme. Mann, ich hab einfach überhaupt nichts hingekriegt, ich bin total ja nicht demotiviert, aber ich will einfach, dass heute noch ein Video kommt und ich hab's versprochen und ja, wir versuchen das auf der Map übrig gesetzt, locker auch schon zum 5. Mal oder so mit dem Kit Attentäter und ja, wir schauen mal, wie's so läuft. Ich hatte vorhin eine Runde, die war eigentlich gar nicht allzu schlecht, aber ich wollte sie trotzdem nicht nehmen, weil ich am Ende halt dann doch noch irgendwie verkackt hab leider. Ich hätte heute stark gewinnen können, aber ich weiß auch, ich habe XP weggehoffen, habe ich euch das weggehoffen. Egal, ähm, gut, wir legen sofort los, würde ich sagen. Ich möchte euch als gutes hingekriegen und ich möchte nicht mehr viele Aufnahmen versuchen jetzt machen. Also, ähm, von der Massen, es geht darum, um den neuen Uploadplan. Und zwar, ähm, ja, auch so eine neue, so eine Art neuer Uploadplan, ähm, ja, angekündigt schon etwas länger, also, beziehungsweise im gestrigen Video oder in anderen anderen Videos oder im Stream habe ich auch schon die Dinge angesprochen. Ja, jedenfalls geht's darum, es wird ab sofort oder eben ab morgen, ab morgen Montag, wird's keine täglichen Videos mehr geben, weil ich ab dann wieder Schule hab und deshalb nicht mehr Zeit habe, täglichen Videos zu machen. Viele Leute wissen das noch von früher, wie's damals war, da war's eigentlich ganz genau gleich so. Da gab's immer am Mittwochen Video und am Wochenende halt, Samstag und Sonntag. Und ja, so wird's jetzt genau auch wieder sein. Es wird jeweils am Mittwoch um 18 Uhr Klickohöse geben und, ähm, am Sonntag oder Samstag, eigentlich heiss ich genau, ja, und am Wochenende wird's Minecraft geben. So, das heisst, es gibt insgesamt pro Woche zwei Videos, ab jetzt nur noch, weil wie gesagt, ich geh ins Gymnasium, da muss man wirklich viel lernen und man darf sich unterschätzen und, ja, deshalb möchte ich da wirklich jetzt, äh, mit YouTube wieder etwas runterfahren, etwas weniger Videos machen. Ich hoffe, vielleicht verzeiht man das und dann sehen wir wie das. Und dann, wenn der so rauskommt, ich hätte jetzt den Gold aufgelassen, weil ich weiss nicht, zu was der Typ da fähig ist, dieser Domi, denn der war locker in der Hälfte aller Runden, die ich bisher aufgenommen habe, auch schon dabei. So, ja gut, keine Ahnung, zwei kloppen sich in der Mitte. Okay, einer ist tot. Ich müsste jetzt einfach diesen kriegen und dann könnte ich zur Mitte raschen und dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ich spiele es einfach hoch, oder ich springe hoch, ich gehe hoch, meine ich. Er kann mich jetzt rund droppen, wie er will. Ach komm, baue, was ist das für eine Pussy-Taktik, sorry man. Was soll das gerade? Sich hochbauen mag ja, vor allem nach jemandem tue ich eh nicht mit jemandem, also, von dem her. Er macht jetzt das Wasser da hin und springt und, okay, kann er machen. Finde ich sehr sozial von ihm, denn dann kann ich auch direkt ins Wasser springen nachher. Und ich hoffe, der Typ bin damit dann jetzt keine Eier oder Schneebell oder sowas. So, man sehen. Ah komm, den können wir gehen. Aber er kann natürlich Logo und ausnutzen, das weiss man nicht. Ich glaube, ich habe zwei Ferzen von dem her. I don't care. So, okay. Er ist runter. Er ist runter und ich bin im Wasser. Sehr gut. Oder ist er runter? Ich hoffe es mal. Hoffen er ist nicht im Wasser. Aber ich glaube, er ist im Wasser. Verdammt! Oder hat er sich zum Mitteltepeten oder so? Ah, da kommt er ja. Ja doch, der ist noch da. Ja ja, der Domi. Okay. Ich bin jetzt gespannt, was er macht. Aber ich meine, ja gut, ich kann das Wasser abhauen ja einfach. So, nix mehr. Jetzt fällt er runter. Wobei, da hinten gibt es auch noch Wasser. Gut, das kann man auch so, Moment mal. Dem genau nicht zu. So, eigentlich müsste er runterfallen. Wahnsinn, wo ist er denn? Ist er da unten? Oh, ist er denn? Also er wird auf jeden Fall sterben. Das steht fest. So, und ich baue jetzt hier auch noch schnell zu, damit da sicher kein Wasser mehr durchläuft. Und da müsste er dann früher oder später runterfallen. Oh, und da baut sich ja schon mal ein letzter Gegner zu mir. Ich hoffe, man ist jetzt nicht gut ausgerüstet. Oder schau mich jetzt nicht runter. Er hat auf jeden Fall Goldapfel. Oh, und er hat Eier. Eier hat er dann so doch. Gut. Alles klar. Oh, ja gut. Und der kommt natürlich auch runter. Und jetzt wird er... Ach komm, da wird es einfach abstauben. Mann, so ne Scheiße. Ach sorry, Mann, aber... Und jetzt gewinnt der Typ sogar noch. Jetzt gewinnt er einfach noch. Alles klar. Oh Gott, ich würde sagen, wir versuchen noch mal ne Runde. Oder wir hängen einfach mal ne Runde hinten dran. So, bei 1 gehen rein. Okay, geht jetzt in 40 Sekunden los. Mann, der Typ. Der hat mich jetzt schon ein bisschen aufgeregt oder abgefuckt. Ja, okay, ich nehme nochmal ein Attentäter einfach. Mann, hör Leute. Ich hab so... so viele Runden... Es heute schon gespielt wird, das ist jetzt abnormal und ich kriege einfach nix hin an so. Lass einen Like dafür da auf jeden Fall, dass ich mir diese Mühe mache. Ich würde mich echt freuen. Mann. Ah gut, ich glaube auch, das sind wir jetzt angesprochen. Wie gesagt, es wird, ähm... Ab sofort, wir werden es mittwochs, äh, Clicker Heroes geben und... Samstag oder sonntags, Minecraft irgendwas. Und es wird auch noch... Genau, das mit dem Stream soll ich auch noch ansprechen. Genau, es wird... Wir werden es auch nur noch einen bis zwei Streams geben pro Woche. Denn ja, täglich streamen wird auf keinen Fall mehr möglich sein. Never. Ähm... Ja, da werden wir dann sehen, was dabei rauskommt. Aber, ja gut. So, ich habe einen Enderperl. Damit werde ich auf jeden Fall gleich zur Mitte gehen nachher. Würde ich mal sagen. So eine Hose wäre noch gut, auf jeden Fall. Und sonst, naja, sieht es recht gut aus. Okay, ein Eisenhose können wir uns machen. Machen aber in der Mitte, glaube ich, gleich. Oder wir können es auch hier machen. Genau, also es wird wahrscheinlich nach wie vor am Freitagabend einen Stream geben, so wie das früher auch immer war. Und dann wird es in Zukunft einfach noch am Samstag oder auch Sonntag einen Stream geben. Also an diesem Tag, wo es einen Stream gibt, gibt es kein Video dann. Das ist dann der Kompromiss einfach. An diesem Tag, wo es ein Video gibt, gibt es keinen Stream. Oder umgekehrt hat. Ja, je nachdem. So, ich habe die Eier. So, das ist niemand in der Mitte sonst, glaube ich. Sieht gut aus. Oh doch, da ist jemand. Hi. Aber ich werde den Hund erschmeissen. Ja, oder töten. Kann ich auch machen. So, ich habe jetzt Eier. Gut, versuchen wir einfach mal, ob diese Hunde noch gut wird. Sonst nehme ich den Hund einfach ans Gameplay am Ende. Oh, hi. Da kommt nochmal einer. Aber jetzt ist er tot. So, jetzt muss ich echt aufpassen, ja. Ich muss echt ein bisschen aufpassen mit den Leuten hier. Oh, da kommen sich auch zwei. Ja, aber ich soll nicht allzu viel Eier verschwenden. So, gut. Ah, die Mitte ist immer sehr begehrt auf jeden Fall bei Skywars. Weiss man, glaube ich. Denn die Mitte ist auch sehr lukativ, um ein bisschen Kills zu farmen und so weiter. Also es lohnt sich auf jeden Fall, würde ich mal so behaupten. Gut, ich habe jetzt acht Rüstungspunkte. Eigentlich können wir uns noch einen Diahellen machen. Machen wir auch gleich. Aber ich muss jetzt mal gucken, ob ich irgendwo jemanden mit Schneebellen unterschissen kann. Da vielleicht den. Wobei, der baut sich jetzt einen. Es wäre gut, wenn es hier noch eine Enderpearl oder sowas geben würde in der Kiste. Wäre auf jeden Fall von Vorteil. Aber man hat es schon gesehen. Es kamen direkt hier und ich habe keine Ahnung wie viele Leute zur Mitte. Aber es ist immer so eigentlich bei Skywars. So, wir holen uns mal ein Crafting Table. Zack. Und schmeissen wir mal etwas weg, was wir nicht brauchen. Beziehungsweise schmeissen wir alles weg, was wir nicht brauchen. Zack. Gut. Ähm. Dann schauen wir mal. Also es sind eben noch die drei Leute hier. Der da. Der und der. Der da dürfte möglich sein für uns. Der da dürfte schwieriger werden. Bei der besseren Rüstung. Aber ich habe noch 30 Sekunden Absorption Herzen. Ich müsste jetzt irgendwie ausnutzen mit einer Enderpearl oder sowas. Wo hat eine Enderpearl geschmissen? Wer da? Aber hat nicht getroffen. Schade. Wenn Skywars zu mir gekommen wäre. Dann hätte ich einen relativ, ich wollte jetzt mal sagen, nicht allzu viele Gegner nachher noch. Aber jetzt sind meine Herzen gleich weg, denke ich mal. Okay. Dann würde ich sagen, ich baue mich mal einfach rüber. Wenn die nicht kommen wollen. Dann baue ich mich mal hier rüber. Zack. Außer jetzt hat noch mal jemand eine Enderpearl oder so. Aber Eier oder Schneebälle hat jetzt sicher niemand mehr. Da würde ich wahrscheinlich der einzige sein. Außer es gibt jemanden, der halt das Kit hat. LOL. Was war das für ein Bug? Holy shit. Komm, was ist los mit euch? Okay. Oh, der war jetzt rüber. Und jetzt runter. Nice. Sehr sehr gut. Und der da? Der da? Fliegt auch runter? Nein. Schade. Okay. Aber den kriegen wir jetzt. Den holen wir uns jetzt, Leute. So. Egal was der hat. Gut. Du kannst natürlich jetzt auch bessere Rüstung oder sowas craften. Ich heisse an dem Sicht, dass er für ein Schwert hat. Ich denke, wann schwert er dich das besser haben? Dann sind... Oh, er ist unten. Na gut. Dann stelle für mich eigentlich gleich schon mal keine Gefahr mehr da. Weil er kann jetzt Logon ausnutzen natürlich, theoretisch. Ausnutzen, ausnutzen, wie auch immer. Okay, er kommt. Alles klar. Und jetzt ist er runter. Nee. Nicht. Ist er nicht. Schade. Oh, er hat er... Oh, nee. Nee. Ja. Wir haben ihn. Sehr gut. GG. GG Leute. Ich habe ihn doch noch unten gewonnen. Puh. Ich dachte es wäre knapp. Ähm. Weil ich habe nicht gesehen, dass er Heal Potions hat. Ja scheiße. Fuck you. Alles klar. Alles klar. Weil ich da ein schlechter Verlierer. Okay. Machen wir gleich mal das. Chat. Log. Äh. Na gut. Kann ich nachher machen. Noch mache ich jetzt noch manchmal. Also heute, wenn ihr dort einen Spieler reporten wollt. Slash Chat Log. Zack. Und dann äh. Z. R. O. D. L. Zack. Chat Log. Bitte warten. Genau. Ja. Dann würde ich mal sagen. Ich wünsche dir viel Spass mit seinem Chat Mute. Äh. Ja. Scheint wahrscheinlich nicht mal ein deutscher gewesen zu sein. Also schreibt fuck you. Aber. Okay heute. Wir sehen uns ähm. Ja dann ähm. Das nächste Mal wieder. Nämlich am Sonntag. Oder ja. Heute in einer Woche. Spätestens bei einem Stream. Oder bei einem neuen Video. Bis dann. Peace out. Und tschau. Bis dann. Jetzt war mir nichts zu sagen.